Hallo zusammen, Versicherung gleichgemacht, da bin ich wieder. Heute zum Thema Pensionskassenausweis. Jeder von uns kommt Anfangsjahr von seiner Firma, also jeder von uns, der angestellt ist, kriegt von unserer Firma Anfangsjahr so einen Pensionskassenausweis. Als ich früher auf der Bank gearbeitet habe, habe ich den Ausweis auch bekommen. Das war in den jungen Jahren, in den 30 Jahren. Und da hatte ich mich immer Freude, wow, geiler Betrag, so viel kriege ich dann, super, auf die Seite gelegt, abgelegt, fertig ist es gewesen. Aber wisst ihr, was ihr genau bekommt im Alter? Oder was eure Frau bekommt, wenn euch etwas passiert? Oder können die Kinder in die Schuhe gehen, wenn euch etwas passiert? Ja, wie viel brauche ich überhaupt? Und da wäre ich einfach bereit, wenn ihr den Pensionskassenausweis mir schickt. Wir haben auch Tools, die Möglichkeit, euch das genau aufzuzeigen, eins zu eins, wie der heutige Ist-Zustand ist, wenn etwas eintritt. Was kommt die Frau über, was kommen die Kinder über, was komme ich im Alter über? Machen wir eure Gedanken. Wir sind immer noch wichtig. Schaut für euch an, was ihr bekommen. Rufen wir an, schicken mir ein Mail. Ich mache euch eine Aufstellung, damit ihr nachher wisst, was ihr machen könnt. Vergesst nicht, Bank und Versicherung. Tschüss.